Oh, ich bin so happy, dass sie diesen View-Mode wieder eingebaut haben, vor dem Spawn. Äh, wo starte ich denn hier um Himmelswein? Ich wollte eigentlich nicht so weit vorne sein. Äh, hopf! Ich bin in A und, also ich bin am unteren Spektrum von A und B momentan sichtbar. Ich werde auf jeden Fall, dass wir ein bisschen damit wegmachen. Ja, einfach Rückwärtsgang. Naja. Gucken, was haben wir denn dafür? Fletcher, Kagero, Kagero. Okay. Demoin ist das Einzige, was eklig ist. Dafür aber gleich richtig eklig. Die Flamung hat schon wieder Spaß. Mal kurz ins Stream reingekommen. Wir haben gesehen, dass es noch online ist, ja. Naja. Harbarost, fuhui. Spott mal da oben was da so alles rum eiert. Ja, Hypa. Hypa Hypa. Hypa Hypa ist okay. Keine Demoinen. So schieben wir das erstmal auf Kramer auf Kapsel Ähm Wenn es geht nochmal dann irgendwo hier oben Okay Tierblitz, alles klar Super, hast du das ernsthaft vor, was du gerade machen willst? No, das kann ja nie um den zu kennen Oh, das Hauptsammelspiel Sie ist, das Hauptsammelspiel Ist auch nicht so clever, muss man ja mal sagen Ich bin Depp Ich so auf die Hipper gefreut, dass ich gerade meine Fighter vergessen habe, die gehen jetzt gerade erstmal down Ah, passt schon Dennis Ich habe auf der Fletcher mit Autodrop ein Modul zerstört Da könnte ich doch eigentlich mal reingucken, oder? Seht das falsch? Weiß ich nicht, aber ich kann es nicht mehr sehen, leider Ja, ich habe ja Radar, der ist 10 Kilometer von mir weg Warum mache ich das jetzt schon immer? Stimmt dann wohl Ja, scheiß auf meine Fighter, brauche eh niemand Da außen schleichen sich die Dingsbomber durch Ja Wahrscheinlich aber nicht Sind aber nur die Topbomber, die anderen sind in der Mitte Ja, da ist die Fletcher, die ist halb tot Und brennt vor sich hin Ja, jetzt ist sie richtig tot Haben wir die Dämonen schon gesehen da irgendwo? Nö, super Find ich voll gut Und tschüss, Fletcher weg Unsere North-Kette ist übrigens ein Bot oder AFK oder was auch immer Die Lusitani Die Lusitani Die Shima auch von uns Nice Das heißt, ich muss mehr Leute töten Äh, ich trau mich noch nicht so ganz Ich hab nämlich noch die Amagi da an meiner Flanke Deswegen kann ich hier schlecht los Ja, eine von denen würde ich jetzt gerne wegmachen da oben Mal gucken Ja, Amagi hat Damage-Con Perfekt Ob sie gesagt, solange die äh Hässliche nicht da ist Du weißt, welche ich meine Ist alles cool Also call DM Ja Oh, wo schieße ich denn hin, ey Ist auf einmal mal schnell, mal langsam Die andere HIPPA kommt da halt und die New Orleans aber okay Like a give a fuck Schleidling? Ne Leider nicht Ups, kurz warten, bis es von der New Orleans ausläuft, der Scheiß Was macht doch unser Team denn da hinten, Mann? Frag nicht, wir cappen einfach Das ist doch der Wahnsinn schon wieder Ich geh jetzt nochmal auf die Amagi Der Damage-Con müsste eigentlich auch sein Oh Gott, verkackt Oh ja Ich krieg kein Flöding auf dem Ich kann mich helfen, wo er uns war Taschkent Ich habe ein Feuer auf den New Orleans Das stirbt einfach alles von uns, warum auch immer, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht Das ist krank Ich spiele halt am Anfang immer den Vorteil raus und mein Team schafft es, diesen einfach mit beiden Händen gewaltsam irgendwo hinzuwerfen Nein, bitte sag nicht, dass da jetzt Traubs kommen, doch tatsächlich Ich hoffe Ich hoffe Die Schümer hat sich da gesmoked Oder KG-Roll oder so, wo das immer das ist Ich habe schon Radar am Ich sehe sie leider nicht Das ist das Problem Meine Fresse Ich müsste es jetzt eigentlich gleich mal sehen Da ist sie Nein, jetzt könntest du es nicht mehr sehen Jetzt frisst du eventuell Tops von mir Ja Einen Wenn sie repariert hat und du Flooding hattest, warst du Flooding hatte ich Ja, dann ist sie down Ja, ich tickte auf jeden Fall noch Ja, dann ist sie down Jetzt muss ich mal was wissen über die Situation oberhalb von mir Zwei Battleships und der Carrier Aber wir müssen irgendwie in B rein Das ist eigentlich fast das Wichtigste gerade Da kommt mich irgendwas angefahren aus B Okay Das war die Carrierung Also was die Dings betrifft Bist du mein Na wie heißt Da ist irgendwas Mein Auge Oh Ich fahr jetzt mal Richtung B Versuch da zu helfen Weil da oben gegen die Tirpitz oder so Ich meine nicht, dass ich gegen die Tirpitz irgendwie kein Schiss habe Alishima macht da auch schon was Die Tashkent cappt Ich versuch die beiden Battleships oben rauszunehmen Ja Oh Gott Alle gehen down, man Was war das denn jetzt? Was ist denn da Weißt du, was südlich von B rumlungert? Nein Keine Ahnung Ich seh im Sturm ja noch weniger als du Das ist das Problem Die Moin, ach du Scheiße Ja gut, dann kann ich da sowieso nicht hin Fuck me Die wird mich auf kurze Distanz leider ziemlich erledigen Das ist das Problem Okay, ich hab mir einen Vorteil verschafft Zwei Zitadellen auf ihn Ich hab auch aufs Nettlein, super Okay, De Moin weg Cover auf, nächstes Ding Amagi ist oben weg Arbeit jetzt an der Tirpitz Spot, please, sagt er Shit, ich hab Flanning und Feuer Ich bin down, aber ich versuch die K-Bar noch rauszunehmen Okay Die Tirpitz flattet auch von mir Alter Oh mein Gott Was hat denn die North Carolina? Und hier unten ist ein K-Geo Okay, K-Bar ist down Ja, ich bin auch down Ich hab hier neben mir ne What the fuck? Ich hab keine Ahnung, wo die jetzt herkamen Alle What the shit, man Man, wie ich die Midway so hart outplayed habe, ne Und einfach 5 Kills mache Und Unser Team nichts gerafft kriegt Ich mach sogar 6 Kills So, jetzt Will ich mir jetzt angucken, was unsere Chima da macht, oder? Bin ich ganz sicher Ich hoffe Ich hoffe es einfach mal, dass er weiß, was er tut Ich hoffe es einfach mal, dass er weiß, was er tut Ach Schima, du bist ja so dumm Das tut er halt aber nix mehr, weil Oh mein Die North Kill ist halt nicht mehr in Reichweite von meinen Fliegern Und Und er ist jetzt so schön stationär da Dass die Haku Äh, Quatsch die Midway sich gleich sagen wird Hm Nett hier Fick dich ab von mir Ja Ja Alex, fick dich ab von ihm Das war echt voll Sneaky-Beaky-like von der Kagero und so Das war echt voll Sneaky-Beaky-like von der Kagero und so Da ist die North Kill da Wo kommen denn die Torps her? Achso, von seinem Flieger Von dem Torp-Omon Die kreisen halt über ihm, weil, ne? Und die North Kill ist momentan sichtbar, weil irgendwie hat er meine Flieger scheinbar getriggert Also muss irgendwie Anti-Air oder so angemacht haben Jetzt sind sie natürlich gerade alle abgestürzt Und das hat die Schima für Torps, weißt du das? Also, sind das die langen oder? Naja Trifft aber nochmal Trifft aber nochmal Ja, aber jetzt ist er morgen Oh mein Gott, Mensch Das ist ein ganz gutes Match für morgen Alles stürzen, bitte Alles stürzen Alter, ey Solche Leute im Team hast, ne? Kann man das Wieso smoke der sich denn? Wieso schießt der? Wieso macht der auf sich aufmerksam? Er hätte einfach nur torpen müssen Das ist alles So viele Dinge anders machen können Er hätte einfach Ninja-mäßig Aber nein, er muss schießen Was für ein Bullshit, Mann Ah, Gott, ey Nice Du hast scheinbar einige Caps geholt oder so? Ich habe überhaupt keinen Caps geholt Ich habe drei Kills Hunderttausend Schaden Auf die Ds oder wo drauf? Zwei Ds Jaja Die Kaba habe ich fast Komplett zerfickt Die Fletcher habe ich Den Rest gemacht Die Kageru habe ich getroffen Die Kageru habe ich getroffen Das ist der Shit Ja Kageru, Tirpitz, Alter What the fuck habt ihr gemacht? Und ich habe die Midway so hart outplayed eigentlich Unglaublich Das Geilste was ich die Kageru noch nach meinem Tod einfach per Auto-Drop gekillt habe Allerbeste Erstmal die Schiener-Voten Die ist erstens richtig lange Hat die gebraucht Bis die mal irgendwie Das war der der AFK war, ne? Ja Habe ich noch ein Vote Und die Lusitania mache ich auch Spiel schlecht Weil sie auch ewig lange gebraucht hat Und dann auch noch schnell gestorben ist Ja, verdient auf jeden Fall Ach nein Trotzdem ein gutes Game Im Herzen Wir sind hier Wir sind die Lusitania